Wir beschäftigen uns ja vorwiegend mit Prozessen, die einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Was wir mit dem CSR-Day verbinden, ist eine ganz andere Seite und bringt unseren Mitarbeitern eine ganz andere Perspektive auf das, was eben in der Gesellschaft passiert. CSR bedeutet Corporate Social Responsibility und das ist eine Gelegenheit für uns als Bart und Klein Grants Haunton, über unsere berufliche Tätigkeit hinaus uns auch in gesellschaftlicher Verantwortung zu zeigen. Es ist ein schönen Teil davon zu sein und da mal mitzumachen. Ich finde es immer wieder sehr wichtig, auch mal zu schauen, wie es anderen Menschen gibt und zu gucken, dass man da auch einen Beitrag leistet. Ich finde es halt auch sehr wichtig, dass Unternehmen auch Verantwortung übernehmen und Engagement zeigen. Wir haben wieder ganz, ganz viel Unterstützung bringen können und ich glaube, das, was wir uns insgesamt davon versprochen haben, ist auch so eingetroffen. Wir haben wieder ganz, ganz viel Unterstützung. Wir haben wieder ganz, ganz viel Unterstützung. Wir haben wieder ganz, ganz viel Unterstützung. Wir haben wieder ganz, ganz viel Unterstützung und wir haben wieder ganz, ganz viel Unterstützung von sections auch in法 Absicht. Wir haben wieder ganz, ganz viel bedeutet, wir haben wieder vielleicht unterhalten, dass nur einen Beitragspothen, aber jetzt transparente, wir haben eine Richtung, dieltdagens, dass andere Produk requirements haben, nun auswahl zu kommen. Vielen Dank.